Es ist höchste Zeit, auf alternative Energiequellen umzusatteln, meinen die Kommentatoren. Ein steigender Ölpreis wird umweltfreundlichere Energiequellen endlich pushen, freut sich beispielsweise aus Großbritannien, The Independent. Je teurer Öl und Gas sind, desto größer auch der finanzielle Druck auf CO2-neutrale Alternativen umzusteigen. Deshalb benötigen die meisten alternativen Energiequellen Subventionen, um wettbewerbsfähig zu sein. Der Preis dieser Alternativenergie ist bereits rapide, das gilt insbesondere für Solarenergie. Die Welt ist fast an jedem Punkt angekommen, wo es in einigen Regionen keine Subventionen mehr braucht. Die feinen Kosten zur Erweiterung von Energie machen die CO2-neutralen Energieträger ebenfalls noch attraktiver. Je teurer Öl und Gas sind, desto größer wird die Energiequellen.